hallo 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 hier ist wieder schoki banoki mit einer neuen folge von daily deiner tagesdosis angeber wissen angeber wissen ja heute ist der mark hier im studio und wir reden über den 24 januar genau am 24 januar geburtstag wer hat dann da schon geburtstag natürlich luis suarez so ich weiß gar nicht wieder ausgesprochen wird der muss du musst dich lispel luis suarez der weißer erkennt sich den weißer weißer den kenne ich nur von von hier james bond der weißer der verweilte ich habe nur weltmeisterschaft ja bei der weltmeisterschaft hat er gebissen da noch dem italiener irgendwie in die schulter reingebissen kommt was gibt es zu luis suarez suarez ja eigentlich noch weiter zu sagen er ist natürlich ein populärer uruguayischer fußballspieler rekordtorschütze der nationalmannschaft uruguay und er hat bei alex amsterdam gespielt beim fc liverpool sowie beim fc das kann ja und am 24 januar ist peter graf ich weiß noch wer peter graf ist der vater von steffi graf richtig der peter graf ist zu der freiheit strafe verdonnert worden ja das hat er auch verdient das hat er muss man das steuerhinterziehung von 12 millionen mark also kinder zu hause macht das nicht nach wenn ihr mal 12 millionen zu hause haben nicht hinterziehen schön versteuern melden hallo 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 genau was wir noch am 24 januar lasst mich mal schnell gucken ach ja wir sehen ihn hinter uns wir sehen zwei berühmte männer wir sehen den südafrikanischen präsident friedrich willem de klerk und er hat an diesem tag eine übergangsregierung angekündigt und hat damit die beteiligung der schwarzen bevölkerungsmehrheit gestärkt er hat sich für seine politik der friedlichen beendigung der apartheid in südafrika eingesetzt der andere ist der mandela das andere ist mandela natürlich natürlich nelson mandela nelson mandela und das ist der klerk das ist die klerk südafrika das war am 24 januar das war am 24 januar genau 1992 wir wissen jetzt so viel über den 24 januar also hier südafrika übergangsregierung sures hat geburtstag und steffi graf vater der peter wurde wurde am 24 jahr noch zum gefängnis verdonnert neun drei jahre und neun monate hier was kann man in drei jahren neun monaten alles machen ungefähr 24 millionen was 24 millionen auf den kopfhauen für wieso 24 12 12 12 millionen mark sind ja 24 millionen euro ja ja genau komm ja ja das war daily deine tagesloses angeberwissen ich sag cheerio mit sophie bis morgen macht's gut tschau bis zum nächsten mal